Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir Grüne sind die Partei des fairen Wettbewerbs, denn wenn wir keinen fairen Wettbewerb haben, dann haben wir nicht Marktwirtschaft, sondern Machtwirtschaft. Und das wollen wir nicht. Ein funktionierender fairer Wettbewerb ist eine tragende Säule für unsere soziale und ökologische Marktwirtschaft. Und er ist Motor für Innovation, Kreativität und führt zu niedrigen Preisen und hoher Qualität. Und genau das wollen wir. Und deswegen wollen wir fairen Wettbewerb. Deswegen legen wir unseren eigenen Antrag dafür vor, dass wir das verbessern, was Sie nicht geschafft haben in Ihrem Antrag.